So. Okay. Wir werden hier noch unseren Spaß haben. Oder zumindest nicht mal in der Endrage-Tage. Mal gucken. Ey. Ey. So, an die Kante. Genau. Okay. Ah ne, das ging ja nicht so. Das ging ja so und dann hier rauf und dann da rauf. Da war ja was. Ah. So, weg. Einfach alle weg hier. Auf. So, und hier. Kommen wir zum Boss. Na, dann wir kommen zum nächsten Abschnitt. Das ist ja auch toll. Ah. Was seid ihr denn für Deppen? Kreuze werfende Möchtegern-Priester? Ja. Shit. Ja, also so funktioniert das schon mal nicht. Schlecht. Alter. 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 Diese Hitbox. Diese Hitbox. Ehrlich. Ja, was bist du denn für ein Möchtegern- Wow, Soldat. Wow. Okay. Okay. Also das Spiel ist echt anstrengend. Auf eine gewisse Art und Weise. Jetzt wollte ich da nicht einfach so runterfallen. Vielleicht hätte das dann mein Tod bedeutet oder sowas. Ja, die Fledermaus kann ich auch mal gern haben. Geh weg. Weg. Alter. Seht ihr das? Der spawnt hier jetzt andauernd neu. Nur weil ich da auf so einen Trigger stehe. Nein. Shit. Okay. Also so schon mal nicht. Gut. Dann machen wir mal gleich weiter. Ah, wir spawnen nicht ganz am Anfang der Station. Das ist natürlich auch praktisch. Dann haben wir ein bisschen bessere Chance hier. Na. Na, Alter. So schon mal nicht. Okay. Auf ein neues. Nice. Alter. So. Geht doch. Nein. Nicht so. Nein. Nicht so. Alter, Leute. Das gibt's doch nicht. Totale Frustration hier schon teilweise. Und ich spiel das noch nicht lange. Ich spiel das jetzt vielleicht eine Folge lang. Alter, ich bin schon wieder Game Over. Das gibt's doch nicht. Alter. Leck mich fett. Geh weg. Ich krieg diesen scheiß Priester nicht down. Bevor er mich attackieren kann. Das gibt's doch nicht. Alter. Alter. Boah. Du verdammte. Drecks. Möchte gern, Dings. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. So ist meine Aggression schon. So. Wow. Ich hab ihn geschafft. Wir haben auch nur zwei Leben dafür schon wieder verbraten. So. Jetzt werde ich aber langsam aggressiv hier. Ehrlich. Das ist wirklich so ein Spiel. Das macht einen einfach nur aggressiv. Siehste. Wenn ich da einfach runterfalle, dann bin ich tot. Okay. Muss ich mir merken. Gut. Weiter. Nein. Das hab ich eben besser gemacht. Das hab ich eben sowas von besser gemacht. Das krieg ich jetzt bestimmt noch hin, dass wir das vernünftig machen. Nein. Nicht so. Nein. Auch nicht so. Nein. So auch nicht. Nein. Auch nicht. Nein. Ja. Besser. Okay. Alter. Ist es denn möglich? Oh. So langsam lerne ich das mit dem scheiß Priester. Oh. Daher Priester ist nur gespawnt. Oh. Okay. Auf ein neues. Hier. Da ist so eine Stelle, da brauche ich eigentlich gar nicht weiter zu versuchen, weil ich hier einfach keinen Walljump oder sowas kann. Nein. So. Nur ein Hit. Das geht ja noch. Aber. Hey. Geh weg. Geh weg. Mit deinem scheiß Säbel. Und du hier sowieso. Okay. Alter. Geh weg. Danke. Und jetzt hier wieder an das Dingens ran. An das Dingens ran. Alter. Was ist das denn? Bitte schön. Ich habe doch den nächsten Bildschirm erreicht. nicht. Alter. Ist das Spiel beschissen programmiert. was es doch dieses Spiel ist. Ehrlich. Alter. Alter. Jetzt hatte ich die Chance, ihn zu vernichten. Weg. So. Alter. Ich habe dich sowas von getroffen. Alter. So. Also wir sind durch diesen Abschnitt jetzt schon wesentlich besser gekommen als zuvor. Das muss man ja mal sagen. Hier muss ich nur noch die Leiter treffen. Und so. Das war knapp. Okay. Kommt hier Batman. Genau. Hier haben wir jetzt die Säulen kämpfe. Nein. Nein. So nicht. Einfach weiter. So klappt das eigentlich ganz gut mit diesem Feuerring. Wenn wir den denn mal haben und so. Okay. Batman, geh weg. Nur ich bin Batman. Beziehungsweise. Ich bin Batman. Geh weg. 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 Alter. Was ist das hier? Ehrlich. Nein. Nichts noch so ein Scheiß. Möchte kein Priester hier. Geh weg mit deinem Scheißkreuz. Nie will keiner. Ich will doch nur gucken, was da ist. Das war jetzt sogar hilfreich, dass wir das Ding eingesammelt haben. Weg. Wie viele Priester denn noch? Nein. Ich will nicht runterfallen. Ich will nicht runterfallen. Ich möchte diesen Ding haben. Oder auch nicht. Alter. Yay. Nächster Abschnitt. Oh shit. Boss time. Da. Da. Shit. 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 Da. Ich kann mich ducken. Okay. Beziehungsweise. Ich kann mich ducken. Und das bringt was. Los. Komm her. Komm her. Komm. Komm. Ja. Geschafft. Ich bin ein bisschen außer Atem. What is this pizza statue anyway? And who was that woman? As I grew more and more suspicious. I went off to look for that. Supposed. Ah. Kann ich nicht aussprechen. Of my father's mind. Mr. Smith. Mr. Smith. Ah ja. Akt 3. Who is it? You must be Walter Smith. My name's Ryu. Ryu Hayabuya. Hayabuya? Who is it? Who is it? Who is it? Of course. You must be Ken Hayabuya's son. In his last letter my fa... Also. In his last letter my father told me I should see you. Last letter I see. So it is already begun. Ken and I were on an expedition to some old... Ingvass. We found a strange statue and stone tablet on this tablet and said... Wait a minute. You mean to tell that statue? Yes. Precisely. Precisely. I mean Ingvass. The demon statue possesses enough evil power to destroy an entire nation. The demon came to this earth and caused many deaths. But then Shinobi appeared to stop the demon. Shinobi borrowed his strength to the dragon. And countered each of the demon's spells. And Zeus was able to overcome it. Yet, though it was defeated, the demon was not dead. So Shinobi confined the evil power of the demon in two statues of light and shadow. And the body of the demon was confined in a temple. This one must be the shadow statue. Therefore. And now I've got it, my friend. What the... After him, Ryu. Ah, ja. Also, nochmal zum Verständnis. Es gab mal einen Dämon auf Erden. Der wurde dann von Shinobi in zwei... Naja, nicht getötet, aber halt besiegt. Und dann in zwei Statuen versiegelt. Die Statue des Licht und des Schattens. Und wenn man die zusammenfüllt, kommt dann... Boom, Dämon raus. Was was. Irgendwie so grobe Fassung von dem, was die da gerade gelabert haben. Na, und der Typ von dem da, ähm, den wir gerade getroffen haben, das ist dann so ein Typ, den sollten wir aufsuchen. Hat der Vater mal gesagt, oder sowas. Das hab ich jetzt schon wieder vergessen. Ach, die Zeit ist stehen geblieben. Okay. Oh, mein Gott. Okay. Also, ich darf da nicht weitergehen. Gut. Ich lauf da immer so, so, so grundsätzlich, wenn ich da sehe, aha, da ist eine, eine, eine Wand, wo ich da... Alter, dieser scheiß Vogel. Eine Wand, wo ich dann denke, da kann ich da einfach mal so an die Kante laufen und sowas. Äh, da lauf ich dann grundsätzlich immer dagegen. Aber das sollte ich jetzt gar nicht. Kurz zu wissen. Alter. Vogel. So. Noch ein Vogel. Ich glaub, es hackt. So. Geht doch. Nein, wo kommt der auf einmal her? Der war doch vorher nicht da. Alter. Okay. Schlimm als schlimm kann es ja werden. Das weiß ich inzwischen. Alter, geh weg. So. Das werde ich gleich bestimmt so kurz vorm Ende sterben. Aber das ist mir egal. Oder? Oder doch. 3-2. Yay, 3-2 erreicht. Das heißt, wenn wir sterben, dann sterben wir dann... Dann respawnen wir hier irgendwo. Soll ich die kleinen Kondo töten? Warum? Alter, was machst du mit der Besucher da? Die hat dir nichts getan.